WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das ist so... Nee, dürf schon, aber ich hab mir gedacht, oh Mann ey, das ist doch so... Erbärmlich... Und hoch, 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 wir wollen den Ball wieder haben! Wir spielen zusammen! Das war aus! Und hin, hin anbieten! Und spielen, spielen! Juri, du stehst! Wie willst du denn den Ball kriegen? Stehst da zwei Meter neben ihm, komm nach außen und biet dich an! Und hin, hin, hin! Freddy, Freddy, schieb mal vor! Und ab, 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 runter die Linie! Jawohl, weiter, weiter, weiter! Jetzt kann ich den Kopf hochnehmen! Weiter! Und hin, hin, hin! Ihr geht da alle nur so halbherzig hin! Halte! Vorne in der Mitte, da fehlst du! Und hin, du stehst wieder daneben! Und hin! Du stehst wieder daneben! 2, 3, 4, 4! Halte! Halte! Malte! Ich möchte das gut da hin! Und! Eigentlich Tor! Nichts! Nach den Bällen wird hinter dem Tor gespielt. Damit er nicht immer gleich auf Kate ist. Kannst du uns den Hupen hier? Das ruf ich aus. Elter Wiener! Und rein! Rein muss der Ball! Mann, das ganze Spiel wird jetzt so. Und nochmal hin 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 hin! Jawoll! Sehr schön Freddy! Aber gut! Mach die Kamera jetzt aus! Und Tempo! 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 Alter! Konzentrier dich beim Abschluss! Sonst war's gut! Weiter, weiter, weiter! Und andere Seite ist Platz! Und Tempo! 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 So! So! Wer ist denn da auf dem Platz eigentlich? Annehmen! Ganz in Ruhe! Und anbieten! Jasper, du rennst weg! Mann, 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 Mann! Mann, Mann, Mann! Bei denen stehen kannst du auch nichts gewinnen! Einfach! Kannst du mal nur unzufrieden sein! Wie? Das ist wie Deutschland Gibraltar! Und Abschluss! Du kannst ja gar nicht spielen, weil die da immer mit fünf Mann im Weg liegen! Und nach außen, wo Platz ist! So, Jungs! Jungs! Guckt mich mal alle an! Wir müssen ein bisschen mehr spielen! Okay? Das heißt, ein bisschen mehr Platz machen! Das ist eng! Dann müssen wir nach außen! Dazu muss man sich mal bewegen, Jasper! Okay? Auf der anderen Seite genauso! Und dann, wenn wir den Ball nicht haben, dann muss das im Eiltempo gehen, dass wir den wiederkriegen! Rauf! Weiter, weiter, weiter! Nicht stehen bleiben! Und wieder weiter, weiter holen den Ball! Und weiter geht's, Jasper! Komm, komm, komm! Und Kopf hoch! Jawoll! Jawoll! Annehmen! Tempo! Abschluss! Gut! So sieht das aus! Das war schon viel, viel besser, Jungs! Sehr schön! Das war echt die beste Aktion bisher! So! Ach, scheiße! Natürlich, man kann nicht überall! Kommt mal gleich einfach nochmal zusammen, Jungs! Die Aktivitäten schon ausziehen! Ich möchte, das haben die anderen jetzt nur teilweise hinbekommen, ich möchte, dass wir, wenn wir den Ball nicht haben, ja, dann geht das im Eilsprint, bis wir den wieder haben! Das kann nicht lange dauern! Okay? Ich möchte niemanden sehen, der hier stehen bleibt! Und wenn wir jetzt nach vorne spielen, ihr seht, das ist ganz schön eng, dann müssen wir mal nach außen spielen, so war nämlich sehr schön, und dann können wir abschließen, so ungefähr, ja? Dann ist das schon Tor! So einfach geht das! So möchte ich das von euch auch gleich sehen, ist das klar! Nein, Jasper! Wamm! Jawoll! Schönes Tor, Matteo! Gute Ecke, Jasper! Ganz viel Zeit, Tamino, nimm an! Dreh dich! Jasper bietet sich an! Matteo, anbieten! Du rennst weg! Und Teppo! 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 Sehr schön, Jasper! Der war gut! Und gleich die Ecke hinterher, Jasper! Annehmen und einschießen! Schöner Pass, Matteo! Gut gesehen! Und Arlen, Arlen, wenn wir hier den Ball haben, annehmen, loslaufen! Nicht einfach blind nach vorne rein! Immer erst Kontrolle! Schönes Tor! Oh! Tor! Außen! Nach außen! Und Tempo! Runter die Linie! Weiter, weiter, weiter! Jawoll! Super, Alter! Annehmen! Abschlupfen! Jetzt aber annehmen! Und hin, Alter! Nicht stehen bleiben! Und jetzt ist das Tor! Jawoll! Jetzt war gut, Alter! Nur noch 9 Minuten! Und Raden wieder richtig decken! Oh, das ist schön! Jasper vor dir! Und Concept! Also, dann geh ich! Dann nehm ich meinen Hut hier! Ich übernimmst die Verantwortung für den Gegenstreffer! Dann kündige ich! Wann gehst du? Wenn ihr ihr Gegentor kriegt, dann kündige ich! Alter! Alter! Vor den Torwart! Hin energisch! Decken! Tamino hinter dir! Linker Verteidiger Brandt! Und Abschluss! Jawoll! Noch mal! Wohl! Wohl! Ich muss uns alles sehen! Jungs, aber Arne! Ah, da sieht der aus, da! Wie sieht's aus? Eindeutig, ne? Ja! Aber wie sieht das Video aus? Achso! Na ja, das könnte man... Wie steht's wohl? 11-0, glaube ich! Ferdin, zeig mal deine Zähne! Wo sind wir in die Kapitel? Ja, 15. Die hier müssen sie rocken. Ja, die werden die Sachen vollziehen. Rocken? Nein, aber ein Schackeschnitt. Oh, das sind die Kegeln. Oh, das sind die Kegeln. Das ist Saubach. Aber nicht nur Hacke geschossen. Schön. Aber nicht nur Hacke geschossen. Aber nicht nur Hacke geschossen. Ich hatte gesagt, du stehst im Feld. Wie das? Alter! Wie das? 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 Ja, das ist so schön. Und noch... ... 10... ... 13. Wie viel? Noch 3,22,0... 17. 17 schon? Wow. So Jungs, wechsel, wechsel, alle runter aus, euch jubeln. Popo-Tour, beinah. Popo-Eigentour. Das wäre doch lustig, oder? Ja. Das wäre doch lustig, oder? Ja. Popo. Oh, schön, beinahe. Sie ist Popo. Das war ja 20. Jetzt waren wir 20. Ja, du hast fast ein Popo-Eigentour. Ja, du kannst mal die Popo-Eigentour einschließen. Und dann reißen ich auf dich. Okay? Untergefallen, los! Achtung! Nein! Oh, Clemens kündigt jetzt. Clemens kündigt jetzt. Oh, der Brat ist voll sauer. Mama. Oh, ne. Positionen! Da machen wir wieder bitte. Ey! 19,1. 19-1 19-1 19-1 19-1 Für einen Gegentrauer müsst ihr noch 10 Tore schießen Aber Clemens Glückert kündigt jetzt hat er gesagt, wenn wir einen Gegentrauer kriegen kündigt er als Trainer Jetzt bauen wir einen neuen Trainer David Uuuuh 20 oder was Tor oder was 2 1 2 2 3 2 2 3 Es wird 21. Viel Arbeit! Und jetzt nicht zwei, nicht zweifeln! Das ist Alternsituation, ey! Und jetzt! Und jetzt! Das war's!